Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ich bin frei! Ich weiss es eigentlich nicht genau. Ich bin noch überwältigend im Moment. Ich komme jetzt auch mal raus und schauen, was läuft. Wie fühlst du jetzt? Ich sehe es nicht mehr. Ich sehe es nicht mehr. Ich sehe es nicht mehr, wie eine große Herausforderung. Die Mission, die wir hier machen, ist es, um den Arktik zu retten. Wir sind nicht mehr von dem, obwohl wir so lange sind. Ich bin noch sehr gefährlich für den Arktik, aber ich bin sehr glücklich, dass wir außerhalb der Prislinien sind. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, dass ich in der St. Petersburg muss ich in der Nähe des St. Petersburg für die foreseeable Zukunft sein. Ich höre große Dinge über die Stadt, also würde ich ein bisschen Lufrain machen. Ich fühle mich an. Ich fühle mich an. aus dem Trennen. Ich bin noch in der Nähe des St. Aber es ist ein großer Schritt. Ich verstehe, dass unsere Parole uns in Russland bleibt. Ich werde mit meinem Begriff sicher sein. Aber das ist mein Verständnis. Das ist mein Verständnis. Peter, was du denkst über die Mission von Arktik zu retten? Was ist ein Verständnis? Was ist dein Verständnis? Was ist ein Verständnis? Was ist ein Verständnis? Das ist ein Verständnis. Das ist ein Verständnis. Aber bei mir ist es sehr schwer zu verraten. Es ist ein Verständnis. Was ist denn mit Representatives? Was ist ein Verständnis? Drei mal, ich hoffe. Ich bin auf die Spur von Arktik. Aber bei mir ist die Spur von Arktik. Wir essen mit den St.国en.